Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast heißt Jürgen Elsässer. Guten Tag, Herr Elsässer. Guten Tag. Sie sind zum wiederholten Male hier. Beim letzten Mal kamen Sie gerade aus dem Iran. Jetzt kommen Sie gerade aus dem Zug, ne? Ein kürzerer Weg. Von Leipzig hierher. Ganz genau. Dass wir Sie erneut eingeladen haben, dafür gibt es diesmal drei Gründe. Der erste Grund ist, am 24.11., also im November, findet eine Kompaktkonferenz statt, benannt nach dem Kompaktheft, wo Sie auch Herausgeber sind. Diese Konferenz hat ja zwei Untertitel. Sie laden nach Berlin, nämlich Wie souverän ist Deutschland? Oder aber Welche Bündnisse braucht Deutschland? Darüber wollen wir mit Ihnen reden. Der zweite Grund ist, dass das Heft Kompakt ja zwei Jahre alt wird. Sie sind der Herausgeber, Sie sind Autoschefredakteur. Die Frage, die sich natürlich viele stellen, die das Heft kennen und auch andere, die es nicht kennen, ist, was will Kompakt eigentlich? Ist das ein Monatsmagazin? Ist das ein Nachrichtenmagazin? Wo sieht es sich zwischen Fokus, Junge Welt, Junge Freiheit und dem Spiegel? Darüber wollen wir nicht mit Ihnen sprechen. Und natürlich für Leute, die Sie nicht kennen, wer ist Jürgen Elsässer? Was treibt diesen Mann an? Sie sind ja 57 in Pforzheim geboren, Autor, Journalist und sehr umtriebig. Und der eine oder andere kann Sie nicht richtig zuordnen. Stehen Sie in der Mitte? Sind Sie rechts außen? Sind Sie links außen? Oder sind Sie beides? Darüber möchte ich mit Ihnen sprechen. Erstmal willkommen bei KenFM. Hallo. Herr Elsässer, erst mal zu Ihrer Person. Sie sind ja 57 in Pforzheim geboren. Badener, ne? Ganz knapp. Ganz Badener, ganz knapp. Ja, und Sie haben verschiedene Bücher geschrieben als Journalist und Autor zum Thema Außenpolitik. Sie sind ein Balkan-Experte. Wie kamen Sie dazu, Balkan-Experte zu sein? Naja, ich habe mich praktisch analog entwickelt wie die deutsche Außenpolitik nach der Wiedervereinigung. Weil ich aus der Friedensbewegung komme, hat mich das deutsche militärische Treiben immer schon interessiert. Und zum ersten Mal haben sich die Muskeln des Vereinigten Deutschland am Balkan ausprobiert. Also bin ich als kritischer Beobachter und damals auch schon Schreiber dieser Richtung gefolgt. Während die Deutschen nach Afrika gegangen, wüsste ich heute alles über Afrika. Das ist also reiner Zufall? Es ist von mir aus gesehen Zufall, ja. Sind Sie noch häufiger im Balkan heute so? Dieses Jahr war ich nicht, aber sonst bin ich eigentlich jedes Jahr in Belgrad oder in Serbien. Und ich habe auch ein halbes Jahr in Belgrad gelebt. Es gibt ja inzwischen, wenn man so die Presse verfolgt, die ein oder andere merkwürdige Allianz. Da sehe ich zum Beispiel, Abigo Liebermann fährt mal in den Balkan, trifft sich dort mit Leuten, die etwas gegen Moslems haben. Also da gibt es Verbindungen, auf die wir mal gar nicht kommen. Tut sich etwas, von dem wir nicht wissen? Naja, die Welt ist volatil und Verrückte gibt es überall. Und die Leute, die einen Krieg erlebt haben, sind auch traumatisiert. Und suchen Unterstützung. Und einige serbische Politiker oder auch Journalisten sind auf die Schnapsidee verfallen, sich die Unterstützung in Israel zu holen. Und so kommt das zustande. Aber eigentlich haben die nicht viel miteinander am Hut. Herr Elsässer, ich darf nochmal ablesen, weil das relativ umfangreich ist und einige stutzig machen dürfte. Sie haben ja für die unterschiedlichsten Gazetten gearbeitet. Also für konkret, kennt man ja auch. Dann die allgemeine jüdische Wochenzeitung. Parallel dazu aber für die islamische Zeitung. Das ist, glaube ich, relativ einmalig, dass jemand für beide Zeitungen arbeitet. Das Neue Deutschland hat sie engagiert. Junge Welt waren sie sehr lange. Für den Freitag schreiben sie, glaube ich, auch noch ab und zu. Und dann sind sie ja Mitbegründer der Jungle World und Bahamas. Für beide Gazetten, glaube ich, arbeiten sie nicht mehr. Sondern sie geben selber seit 2010 das Kompaktmagazin heraus. Wenn man sich über sie unterhält mit anderen Menschen, dann fällt oft der Begriff Antideutsch. Sie sind ja der Mitbegründer, um nicht zu sagen Erfinder, der antideutschen Bewegung, zu denen sie aber nicht mehr dazugehören. Können Sie Menschen, die gar keine Ahnung davon haben, die den Begriff zum ersten Mal hören, kurz mal erklären, was sind denn die Antideutschen und warum sind sie denn nicht mehr dabei? Sind sie jetzt pro-deutsch? Also die, es sind ja auch nicht viele Fragen, ja. Also die Antideutschen oder Antideutsch als Begriff ist einfach eine Analogiebildung zu Antiamerikanisch. Also die Linke traditionell nach dem Zweiten Weltkrieg war sehr schnell Antiamerikanisch auf verschiedenen Kontinenten, weil die Amerikaner sind die Vorherrschaft, die Vormacht gewesen schon immer. Und so war ich damals noch Kommunist, natürlich auch. Kommunistischer Bund waren Sie damals noch. Kommunistischer Bund wie Jürgen Trittin. Ja, da gibt es Gemeinsamkeiten. Und im Zuge der Wiedervereinigung haben wir aber die Lage so analysiert, dass jetzt wieder der kontinentale Block entsteht, der zum Ersten und zum Zweiten Weltkrieg geführt hat. Also dass die hegemoniale Rolle der Amerikaner abgelöst wird durch das wiedervereinigte Deutschland und dass man deswegen das Antiamerikanische durch das Antideutsche ersetzen muss. Also das war am Anfang war das eine Spielart des Antiimperialismus. Okay. Gegen den amerikanischen Imperialismus und wir eben gegen den deutschen Imperialismus. Also Sie haben nichts gegen die Deutschen, sondern Sie haben was gegen Imperien. Ganz genau. Es war ganz rational und nicht etwa psychologisierend oder gegen die Menschen gerichtet. Ich habe im Zuge dessen natürlich bei Konkret, dass die wichtigste Zeitung in dem Zusammenhang war, angefangen zu schreiben und bin dann später auch Redakteur geworden. Und am Anfang hinterfragt man ja die Prämissen nicht, die einen letzten Endes auch in diese politische Karriere-Richtung gebracht haben. Aber mit der Zeit bin ich aufgewacht und habe gemerkt, eigentlich sind die Amerikaner immer noch die Vormacht. Und diese Spekulation, Deutschland könnte wieder ähnlich wie unter Wilhelm oder unter Adolf die Supermacht in Europa werden, die andere unter Jocht, das hat sich eigentlich sehr schnell gezeigt. Unter anderem auch am Balkan, wo Deutschland 1991, 1992 eine führende und böse Rolle gespielt hat. Aber sehr schnell haben die Amerikaner als Kommando wieder übernommen. Und dann habe ich eben festgestellt, irgendwie stimmt das nicht mit dem Antideutschen. Und der Durchbruch, wo sich dann bei mir alles geändert hat, war eben der 11. September 2001, der dann zum Vorwand genommen wurde, eben neue amerikanische Kriege zu führen, in einem Ausmaß, wie es vorher eigentlich gar nicht der Fall war. Und da habe ich dann das Antideutsche abgestreift. Hinzu kam, dass sehr viele meiner damaligen Antideutschen Weggefährten sich wirklich zu Antideutschen Rassisten entwickelt haben, die also die Deutschen hassen, alles Deutsche hassen. Obwohl sie selbst deutsch sind. Obwohl sie selbst deutsch sind. Ist das eine Analogie zum jüdischen Selbsthass, der deutsche Selbsthass jetzt? Die Analogie geht andersrum. Kinder von hundertprozentigen Ariern haben sich plötzlich als die Superjuden kostümiert, die dann nicht nur alles Deutsche gehasst haben, sondern plötzlich auch alles Israelische und Amerikanische toll fanden. Und dann hat es also bei mir aufgehört, weil Israel und die USA machen Kriegspolitik und die Deutschen kann ich kritisieren, jederzeit, was den Militarismus angeht, aber deswegen unterstütze ich nicht die Israelis und Amerikaner. Also da begann dann das Nachdenken bei mir und dann habe ich mich verabschiedet. Dann wurde ich auch schnell zur Unperson erklärt. Und das sind natürlich die Leute, die mich heute bis aufs Blut hassen und Unsinn über mich schreiben, weil sie den Dissidenten ablehnen. Weil Sie von Unsinn sprechen. Ich habe in Vorbereitung auf das Interview nochmal kurz auch im Spiegel Online einen kurzen Beitrag über Sie gelesen. Da wird ja dann auch auf die Kompaktkonferenz 24.11. hingewiesen. Da schreibt ja ein Kollege, den ich gar nicht näher kannte, dass Sie ja auch eben, weil Sie vom 11. September auch gesprochen haben, dass Sie ja ein Verschwörungstheoretiker wären, der behaupten würde, der 11. September wäre ein Inside-Job gewesen und Osama Bin Laden wäre ein CIA-Agent. Sind das so Dinge, mit denen man sich herumschlagen muss, wenn man mal, sage ich mal, Unschärfe produziert? Ich meine, der Vorwurf ist ja irgendwie witzig, dass Leute vom Spiegel oder von ähnlichen Mainstream-Organen heute noch denken, wenn sie einem anhängen, er würde den 11. September als Verschwörung aus dem Inneren, also als einen Inside-Job betrachten, dass das jemand schaden könnte. Das denken die im Ernst noch. Dabei, jeder, der das liest, muss ja denken, also der Elsässer ist ganz schön clever, der schreibt, was wir uns auch gedacht haben. Also das ist ja absurd. Und dass Osama Bin Laden für die CIA gearbeitet hat, ist, ich denke, das ist doch inzwischen allgemein gut. Das ist allgemein gut. Ich meine, für die 80er Jahre, Hindukusch, Kampf gegen die Sowjets, bestreitet das ja niemand. Niemand. Strittig ist ja nur, hat er beim 11. September auch noch mitgemischt, wo ich dir sage, er war drei Wochen vorher noch im amerikanischen Militärkrankenhaus in Dubai. Und hat sich an seiner Niere behandeln lassen. Das macht man ja nicht als Al-Qaida, sondern da ist er auf dem CIA-Ticket eingeritten. Sie haben vorhin in einem Satz, Herr Elsässer, sich und Jürgen Trittin erwähnt. Das kommt auch nicht so oft vor. Sie waren beide beim Kommunistischen Bund und sind jetzt beide nicht mehr beim Kommunistischen Bund. Warum eigentlich nicht? Warum wir nicht mehr beim Kommunistischen Bund sind? Ja. Also, über Trittin möchte ich mich nicht auslassen. Der ging ja zu den Grünen irgendwann. Das hat natürlich Gründe auch, dass man da als Kommunist nichts mehr werden konnte. Mein Ansatz ist einfach, dass ich heute sage, diese ideologischen Schienen, Zuschreibungen, Festschreibungen, die engen das freie Denken ein. Und man sollte sich von diesen Schubladen lösen. Deswegen sage ich heute nicht mehr, ich bin Kommunist. Ich sage aber auch nicht, ich bin Antikommunist. Sondern natürlich gibt es da in dieser Denktradition und politischen Praxis gibt es Verbrechen, gibt es Fehler. Aber es gibt auch Dinge, die nicht so schlecht waren. Aber das gibt es ja praktisch in jeder politischen... Absolut, ja. Und deswegen bin ich da ganz frei, ja. Aber was sind Sie denn jetzt konkret? Also für jemanden, der eine Schublade hat und Sie gerne reinstecken würde. Würden Sie da... Also Sie müssten sich für eine Schublade entscheiden. Ich sage mal so. Sind Sie denn ein Linker? Sind Sie ein Rechter? Sind Sie Anti-Imperialist? Oder sind Sie vielleicht ein verkappter Pirat? Das könnte ja auch sein. Also am Essen würde man auch sagen können, ich bin Links-Gaulist. Das heißt, das Ideengut von de Gaulle. Insbesondere das Europa der Vaterländer, der selbstständigen, demokratischen Republiken. Gegen den Totalitarismus, jeder Prägung. Und das linke Element ist eben, dass es sozial ausgestaltet sein soll. Ja, und ich glaube, mit dem Begriff Links-Gaulist kann man schon operieren. Herr Elsässer, Sie sind ja bewandert, was Außenpolitik angeht. Das ist Ihr Steckenpferd, kann man sagen. Das macht Ihnen, glaube ich, auch richtig Spaß, darüber zu schreiben. Da gibt es einen anderen Bereich, der auch mit Außenpolitik zu tun hat. Im Grunde Außenpolitik als mathematische Größe ist. Nämlich es geht um Kapitalismus, also um Finanzfaschismus, wie Sie das nennen. Sie haben ein Buch auch rausgebracht. Ich glaube, das war 2009. Das hieß, der Angriff der Heuschrecken gegen die Finanzdiktatur. Können Sie mir mal Ihre Deutung von dem Kapital heute erläutern? Ist das für Sie eine Form des Faschismus? Und das, was wir als Antisemitismus oder Anti-Islamismus kennen, das sind nur Deckmännchen. Im Grunde geht es dem Kapital darum, die Weltherrschaft zu behalten? Das ist ein sehr interessanter Punkt, der auch deutlich macht, warum ich mich von der marxistischen Orthodoxie jedenfalls gelöst habe. Weil ich erst im Zuge der Finanzkrise eigentlich kapiert habe, dass man unterscheiden muss zwischen, ich sage mal, dem gewöhnlichen Kapitalismus. Was ist das? Und im Raubtierkapitalismus, wo es über diesem Fundament von Kapital und Arbeit gibt es noch einen Überbau an Banken und an Heuschrecken und an Parasiten, die immer nur absaugen das, was andere produzieren. Und es ist zum Beispiel eine Schwäche auch schon bei Marx im Ansatz, dass er immer nur die Ausbildung des Arbeiters in der Fabrik ins Zentrum stellt und viel zu wenig die Banken behandelt oder den Zins behandelt. Das sind dann Strömungen, die über andere Richtungen reinkamen. Was ich als Marxist nie mitgekriegt habe, obwohl ich unzählige Schulungen gemacht habe über Ökonomie, also ich war ja 30 Jahre sozusagen unter der roten Fahne, was ich nie mitgekriegt habe, die Tatsache, dass die Federal Reserve, die Zentralbank der USA, keine Staatsbank ist, sondern Privatbanken gehört. Sieben Privatbanken. Im Grunde, ja. Und das ist ja ein sehr wichtiger Umstand. Aber die Linke weiß davon nichts. Das habe ich erst gelernt, nachdem ich mich aus dem linken Kosmos gelöst habe. Weil Sie über Zinspolitik gesprochen haben. Da sind wir bei der Krise, wie immer, wie die Krise, wir wollen sich gar nicht lange auftröseln, aber auffällig ist doch, dass, sag ich mal, dass Banken, die das Islamic Banking verfolgen, wo Zins hier verboten ist, dass die von der Krise nicht so betroffen sind. Warum spricht man nicht darüber? Das ist ja scheinbar eine Alternative. Also, sag ich mal, ja, Banken, die eben die Zinsen verbieten, die haben ja nicht viel Geld verbrannt. Ganz genau. Das wäre auf jeden Fall eine Alternative. Meines Erachtens ist das der ökonomische Grund hinter dem Hass auf den Islam, dass im Islam eben das Zinsverbot, was es im Christentum in der Bibel auch gab, aber was seit dem Mittelalter nicht mehr gilt, ist. Im Islam ist es noch in Kraft, wird natürlich von den reichen islamischen Ländern nicht praktiziert, aber die Gläubigen wissen das ja wohl noch und es gibt auch islamische Banken, die das weiterhin durchhalten. Und wenn sowas Schule machen würde, wäre das natürlich für das westliche Finanzkapital, für die großen sieben Banken etwa, wäre das tödlich. Das heißt, das ist für Sie mit ein Grund, mit der Gier nach Öl, dass man sagt, dieses System muss weg, weil es ist eine Konkurrenz, bei der nicht so viel rüberkommt. Ganz genau. Ich fasse aber nochmal zusammen, für Sie ist es wichtig, dass man den Faschismus auch ökonomisch definiert. Können Sie das nochmal auftröseln? Ja, ganz genau. Also an dem Punkt finde ich zum Beispiel, hat der alte Kommunismus eine sehr gute Definition abgeliefert. Und zwar gibt es die Definition auf dem siebten Weltkongress der Kommunistischen Internationale 1935. Hitler war zwei Jahre an der Macht. Vorher haben die Kommunisten immer nur gegen Kapitalismus und wir machen Weltrevolution und, und, und. Und dann haben die gemerkt, hoppla, jetzt gibt es eine ganz gefährliche Sonderentwicklung innerhalb des Kapitalismus und darauf müssen wir uns einstellen. Und dann haben die die Definition gemacht, 1935, Faschismus ist die Machtausübung der aggressivsten Teile des Finanzkapitals. Also haben nicht mehr Feld, Wald und Wiesen Antikapitalismus gemacht, sondern haben den Gegner versucht, genauer ins Blickfeld zu bekommen und haben ihn ökonomisch definiert. Aggressives Finanzkapital. Also Sie haben nichts gegen Wachstum, Sie hatten was gegen Wachstumskrebs, also gegen Krebs in diesem System. Gegen Krebs, der dann auch sich nur deswegen halten kann, weil er politisch gegen Minderheiten und außenpolitisch mittels Krieg aggressiv wird. Das heißt, ich halte gar nichts von der Definition von Faschismus, was wir heute haben, wo ja jeder das Etikett Faschismus aufgeklebt kriegt, der irgendwie komisch oder ekelhaft ist. Also wo rein moralisch oder ethisch der Begriff verwendet wird. Davon halte ich gar nichts. Und Faschismus mit Antisemitismus gleichzusetzen macht auch wenig Sinn, weil wir hatten faschistische Systeme, etwa Mussolini ist Italien, wo der Antisemitismus über lange Zeit keine Rolle gespielt hat. Mussolini hatte eine jüdische Geliebte. Also diese Gleichsetzung, dass man heute sagt, jeder der Israel kritisch ist, ist ein Faschist. Oder jeder der vielleicht Ressentiments hat gegen Juden, ist ein Faschist. Aber gegen Muslims darf man sein. Also dieses Weggehen von der ökonomischen Basis, von der ökonomischen Definition, das würde ich immer ablehnen. Es gibt immer eine ökonomische Definition und darauf baut eine politische Form auf. Und die politische Form in den 30er Jahren war der Antisemitismus. Und die politische Hauptachse heute, dieser aggressiven faschistischen Entwicklung, ist der Anti-Islamismus. Wer außer Ihnen teilt diese Denkrichtung noch? Boah, vernünftige Leute gibt es viele. Ja, also es gibt natürlich dieser Rückgriff auf die Ökonomie bei der Analyse geopolitischer Vorgänge. Dieser Rückgriff fällt, wenn man aus einer marxistischen Tradition kommt, etwas leichter. Das heißt aber nicht jetzt, dass ich deswegen einen Vorteil hätte, etwa gegenüber Leuten wie Scholler Thur, die jetzt keine Marxisten sind, aber die gegenüber mir den riesigen Vorteil haben, dass sie überall schon waren. Und die konkrete Kenntnis einer politischen Situation und der Menschen dort ist immer das Wichtigste. Wichtiger als alle Schablonen und alle akademischen Ableitungen. Am 24. November wird die Kompaktkonferenz in Berlin-Dahlem stattfinden. Scholler Thur ist der bekannteste Redner. Wie läuft die Konferenz ab eigentlich? Wird das eine Talkrunde sein? Oder gibt es da Vorträge? Weil sie geht ja, glaube ich, von 9 bis 18 Uhr. Das ist eine lange Zeit. Es ist eine lange Zeit, aber wir haben auch super Leute. Also wir haben Scholler Thur, wir haben Schachtschneider, Karl Albrecht Schachtschneider, einem der Euro-Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht seit über zehn Jahren. Und wir haben jetzt auch noch bekommen Valentin Fahlin, der sowjetische Botschafter in Bonn. Und damals mit Egon Bahr zusammen, er hat die Ostverträge ins Weg gesetzt, der Architekt der Entspannungspolitik sozusagen. Und das ist ja eines der Ziele dieser Konferenz, Deutschland aus der aggressiven Front der Achse des Bösen, Achse des Bösen USA, Großbritannien, Israel, herauszulösen und wieder zu einer Entspannungspolitik zu kommen, wo man den Ausgleich sucht, wo man Deutschland begreift als eine Brücke zwischen Ost und West. Und das wurde unter Willy Brandt versucht. Dafür steht der Name Egon Bahr und sein Partner Valentin Fahlin. Das wurde aber auch schon unter Bismarck versucht, der ja auch eine ausgleichende Politik gemacht hat. Und der Ablauf der Konferenz ist Vorträge jeweils, eine halbe Stunde. Dann gibt es eine moderierte Diskussion, wo ein Sparringspartner, also auch ein anderer Experte, mit dem Referenten diskutiert. Also durchaus gegenseitig. Durchaus kontrovers. Und dann wird das Publikum noch eingeladen, jeweils auch eine Viertelstunde dazu zu kommen. Ich möchte mal zum Geld zurück. 2009 haben Sie eine Volksinitiative gegründet, und zwar gegen das Finanzkapital, entschädigungslose Nationalisierung des Finanzsektors. Wenn ich das versuche ins klare Deutsch zu übersetzen, Sie möchten eigentlich zurück zur D-Mark. Ist das so richtig? Im Grunde wäre das die beste Lösung. Jetzt gibt es viele, die Ihnen absolut einen Vogel zeigen, sagen, für Deutschland war der Euro eine gute Sache. Weil wir haben davon profitiert, mit Betonung auf Profit. Wir haben als Exportweltmeister, unser Platz zwei, ziemlich viel ins benachbarte Ausland verkauft, aufgrund der Europolitik. Ja, da muss man eben unterscheiden. Die kleinen Leute haben nicht profitiert. Also die Bundesrepublik vor Euro-Einführung war im europäischen Ranking des Lohndurchschnittes, ich glaube auf dem zweiten oder dritten Platz. Und wir sind jetzt da abgestiegen. Weil bei uns sind die Löhne praktisch gleich geblieben, zum Teil sogar leicht geschrumpft, die Reallöhne. Wer profitiert hat, sind die exportorientierten Teile der Industrie, vor allem die DAX-Konzerne. Wobei man sehen muss, die Mehrheit, die Aktienmehrheit bei den DAX-Konzernen ist nicht mehr in deutscher Hand. Sondern in den USA. Zum Beispiel. Also internationale Investoren mit angloamerikanischem Schwerpunkt. Und die exportieren jetzt nach Griechenland oder haben nach Griechenland exportiert in die ganze Euro-Südschiene. Aber die Griechen, Spanier, Portugiesen, Italiener haben ja die deutschen Exporte gekauft mit Geld, was sie unter anderem in Deutschland geliehen haben. Das heißt, im Grunde genommen hat der deutsche Steuerzahler die deutschen Exporte für Griechenland, für Spanien, für Portugal finanziert. Damit die DAX-Konzerne ihre Devisen ausbezahlen können. Ganz genau. Dann war der Euro Ihrer Meinung nach ein Fehler? Ich will gar nicht beim Ökonomischen bleiben, sondern die andere Seite, die Eurograden argumentieren ja auch mit der friedenstiftenden Wirkung des Euro. Deswegen sollte das auch ein wichtiges Feld der Debatte sein. Und da sage ich eindeutig, er war ein Fehler, weil er die Völker und Nationen Europas nicht zusammengebracht hat, sondern auseinandergebracht hat. Wenn man heute die Rhetorik in bestimmten Zeitungen in Italien, Griechenland liest, aber auch bei uns, die Bild-Zeitung, es ist gegen die anderen Völker gerichtet, schon fast eine Kriegsrhetorik. Also zu anderen Zeiten hätte das zu Kriegen geführt. Also Drückeberger arbeiten nichts, faules Pakt. Absolut, ja. Beuten uns aus. Also Merkel wird mit Hitler verglichen. Die politische Schlussfolgerung wäre ja eigentlich, ich fange jetzt im Partisanen Krieg an. Ja, ja. Weil Sie gerade von Einbindung gesprochen haben, dass wir heute den Euro haben, da werden sich viele auch nicht daran erinnern wollen. Das war ja auch alles im Zuge der Wiedervereinigung. Das war ja so der ganze Schatten, der noch da vor Ort zu sehen war. Da wollten die Deutschen den Euro eigentlich nicht. Da gab es ja wohl Verträge, gab es ja auch Gespräche. Ich erinnere an Frau Thatcher, die sagte, Vorsicht, Deutschland, wiedervereinigt, Viertes Reich. Bei denen weiß man nie. Die Idee dahinter war ja, wir nehmen die starke D-Mark weg, wir binden die in den Euro-Räumen ein mit einer gemeinsamen Währung. Und sie sind dann nur noch so stark wie das schwächste Mitglied der Kette. So habe ich es interpretiert. Und damit können sie es eigentlich nicht schaffen. Jetzt sind wir wieder die Stärksten im Euro-Raum, trotz des Euros. Wenn Sie jetzt die Deutschen auch noch aus dem Euro rauslösen, führt das nicht wieder zu einer Art Größenwahn in Deutschland? Also wären wir überhaupt fähig, uns zurückzuhalten in Europa mit einer dann super starken D-Mark? Ja, wir kriegen dann die Verhältnisse, die wir vorher hatten. Wann vorher? Ja, also vor 1991. Wo ja die Nationalökonomien hatten ihre nationalen Währungen und haben aber im Rahmen der damaligen europäischen Gemeinschaft sehr gut kooperiert, haben durchaus auch Kompetenzen an die EG-Ebene damals abgegeben. Und es lief als Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Das heißt, alle Beteiligten in diesem EG-Raum haben profitiert. Deutschland war die stärkste Macht, das ist schon richtig. Aber wir haben die mitgezogen. Und wenn die deutsche Lokomotive zerstört wird, indem man jetzt immer mehr Kapital absaugt und in den Süden bringt und am Schluss in die Taschen der amerikanischen und englischen Privatbanken, wenn man die Lokomotive zerstört, dann werden alle schwächer. Dann gibt es eine Loose-Lose-Situation. Und deutsche Stärke muss nichts Negatives sein, wenn sie verantwortungsvoll eingesetzt wird. Ein Beispiel. Das deutsch-russische Verhältnis in der Wirtschaft ist natürlich so, dass die deutsche Industrie mehr verkauft dorthin, als die Russen hierhin verkaufen. Also wir machen Überschüsse, ganz klar. Diese Überschüsse investiert aber die deutsche Industrie wiederum in Russland. Aber nicht um Russland zu beherrschen, sondern sehr verantwortungsbewusst. Sie gibt sich zufrieden, das ist natürlich auch russische Anforderung, sie gibt sich zufrieden mit Minderheitsanteilen an russischen Objekten oder mit Minderheitsbeteiligung beim russischen Bau von Infrastruktur für Sibirien und so weiter. Und so werden praktisch die deutschen Profite kommen letzten Endes der russischen Erschließung zugute. Und das ist verantwortungsvolle Politik, wo man die eigene Stärke nicht in Dominanz umwidmet, sondern ein gütiger Hegemon. Auf der anderen Seite ist es auch eine moderne Form der Antikriegspolitik, weil man wird kaum ein Land angreifen, in dem einem große Teile von Firmen mitgehören zumindest. Absolut. Deswegen ist ja die deutsche Politik, die deutsche Wirtschaft, im Unterschied zur deutschen Politik, war immer sehr zurückhaltend, wenn es darum ging, Irak zu bombardieren oder Iran zu bombardieren, weil es waren gute Absatzmärkte. Warum sollen wir unsere Absatzmärkte bombardieren? Also dieser Konnex, diese Verbindung, wo man früher gesagt hat, auch in verkürzten dem marxistischen Denken, das Großkapital in Deutschland, in Nazideutschland, treibt zum Krieg. Diese Verbindung gibt es, sehe ich im heutigen Deutschland nicht mehr. Also natürlich die Schwerindustrie, Thyssen, Krupp und so weiter, die haben mit Hitler eng kooperiert beim Krieg. Die wollten auch den Krieg. Aber das sehe ich heute nicht. Also die heutige deutsche Großindustrie ist am Frieden interessiert, weil sie von diesen friedlichen Zuständen auf den Absatzmärkten Vorteile hat. Aber ich frage jetzt nochmal konkret nach. Also Sie möchten die D-Mark wiederhaben, Sie möchten den Euro, dass er wegkommt, dass alle Nationalstaaten ihre Währung von früher wiederbekommen. Die Trache, Lira. Man könnte überlegen, ob man einen Nordeuro macht, der Länder, die eine ähnliche Produktivität haben. Also das wären die Benelux-Länder, Österreich, Frankreich vermutlich, Deutschland, skandinavische Länder. Die hätten eine ähnliche Produktivität und könnten dann vielleicht einen gemeinsamen Währungsraum bilden. Aber für die Südländer wäre es auf jeden Fall wichtig, und zwar im eigenen Interesse, dass sie rausgehen. Und dann müssen wir entweder diese Nordzone machen, diesen Nordeuro. Oder wenn das nicht geht, weil etwa die amerikanischen und britischen Privatbanken die Griechen bremsen, weil sie wissen, solange die Griechen deutsches Geld absaugen, profitieren am Schluss immer sie. Also wenn der Austritt der Südländer nicht zustande kommt und das ganze normale Auflösesystem blockiert ist, dann müssen wir ja selber raus. Da gibt es keine andere Möglichkeit. Und die Zeit läuft ab. Mit dem ESM-Vertrag sind so enge Verpflichtungen gemacht worden für die Teilnehmer am ESM-System. Wir können ja die Finanzautonomie nicht mehr gewährleisten. Der ESM-Vorstand kann ja bis zu 200 Milliarden sofort aus Deutschland abrufen. Vielleicht sogar mehr, wenn andere Garantiemächte ausfallen. Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Da können wir nicht mit rumspielen. Da können wir nur kündigen. Mhm. Weil Sie von 200 Milliarden sprechen. Das ist ja nicht so viel Geld, wenn man sich anschaut. Im Moment ja boomt es ja in Deutschland. Zumindest was die Steuernahmen angeht. Ich habe gerade gelesen, 600-Milliarden-Grenze wird gesprengt. Also wir haben es doch. Naja. Und das ist eine Art Lastenausgleich. Das gibt es ja in Deutschland auch, dass die etwas reicheren, den etwas ärmeren Regionen Geld rüberschieben. Darüber hat man sich in Deutschland auch immer schon beschwert. Deswegen wird man sich auch in Europa immer beschweren. Aber in Deutschland hat es doch gut funktioniert. Warum soll es nicht in Europa gut funktionieren? Na, ob es in Deutschland so gut funktioniert hat, möchte ich ja auch nicht beschwören. Weil dieser ganze West-Ost-Transfer nach der Wiedervereinigung hat ja nicht zu blühenden Landschaften geführt. Aber davon mal abgesehen. Ich halte mehr davon, mit den Griechen zu reden, mit den Spaniern zu reden, mit den Portugiesen zu reden, dass sie rausgehen. Und dann geben wir ihnen Gelder. Auf bilateraler Basis. Das wäre kluge Politik, das wäre richtige Politik, das wäre solidarische Politik. Wenn wir es jetzt geben, innerhalb des Eurosystems, dann kriegen es ja nicht die Griechen, sondern die Gläubiger der Griechen. Und da sind wir wieder bei den Amerikanern und Briten. Das heißt, wenn wir wollen, dass die Griechen tatsächlich das Geld von uns bekommen, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Gläubiger die Länder verlassen. Ganz genau. Und dass die Griechen ihre Souveränität, ihre Währungssouveränität, ihre Wirtschaftssouveränität zurückbekommen. Das heißt, wenn sie für deutsche Souveränität auf diesem Gebiet sind, sind sie tatsächlich auch für die Souveränität anderer. Absolut. Das ist die europäische Perspektive. Es geht nicht um eine deutsche Perspektive gegen Europa, sondern es geht um eine europäische Perspektive, von der alle profitieren. Und das ist diese de Gaulle-Vision Europa der Vaterländer. Gleichberechtigte, souveräne Staaten, wo es keine Führungsmächte gibt, wo es keine Einmischung gibt, wo jeder bestimmt das eigene Haus. Aber zum beiderseitigen Vorteil, zum bilateralen, multilateralen Vorteil arbeitet man zusammen. Lassen Sie uns über Kompakt reden. Kompakt ist ein Heft, das es seit 2010 gibt, bundesweit am Kiosk. Wie kam es dazu, dass Sie, nachdem Sie für viele andere geschrieben haben, wissen, wie viel Arbeit das ist, gesagt haben, ich mache jetzt noch mehr Arbeit, ich bringe so ein eigenes Heft raus? Das hängt mit dem zusammen, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe ja lange für die linken Zeitungen gearbeitet und ich habe eben dort gemerkt, im Laufe der Zeit, dass die Denkverbote immer strenger werden. Also zum Beispiel der Gedanke, dass man gegen die globale Macht des großen Geldes nationale Staaten und nationale Souveränität braucht, gerade im Sinne der von den linken geschätzten kleinen Leute. Dieser Gedanke konnte in Zeitungen wie Junge Welt, Neues Deutschland gar nicht mehr formuliert werden. Da galt man schon als Nationalist. Und Oskar Lafontaine hat es auch eine Zeit lang gesagt. Das hat es dann für mich in den Jahren 2006, 2007 noch leichter gemacht. Aber dann hat man Oskar Lafontaine den Schneid in der Richtung abgekauft. Und dann wurde es natürlich auch für kleinere Lichter, wie ich es damals war, unheimlich schwierig, überhaupt noch Klartext zu reden. Ich erinnere mich, als der Lissabon-Vertrag verabschiedet wurde, der ja auch schon nationale Souveränitätsrechte geknebelt hat zugunsten der Brüsseler Kommissare, da habe ich im neuen Deutschland schreiben wollen, das ist ein Ermächtigungsgesetz, um das Undemokratische zu kennzeichnen. Ich durfte das nicht schreiben, weil gesagt worden ist, politisch korrekt, der Begriff Ermächtigungsgesetz, der darf nur gelten für das Gesetz, was im April 1933 im Reichstag gemacht worden ist. Also der Faschismus wird historisiert und allein auf Deutschland kapriziert und es ist überhaupt keine Vorstellung da, dass der Faschismus auch auf europäischer Ebene kommen könnte. Oder zurückkehrt in der neuen Art und Weise. Ganz genau. Also ein völlig erstarrtes, dogmatisches Denken. Und da wollte ich raus und da habe ich gesagt, jetzt mache ich was eigenes. Womit hat das zu tun, dass man da nicht raus möchte? Würde da eine Welt zusammenbrechen, eine Theorie zusammenbrechen, eine Doktrin, die man braucht, um einen Gegner zu haben? Es ist so denkfaul, dieses linke Mainstream-System ist denkfaul und man darf auch nicht unterschätzen, diese Political Correctness, die ja ursprünglich von links kam und auch einen gewissen Charme hatte, ich rede jetzt von den 70er Jahren, ist ja mittlerweile aus der Linken herausgewachsen und ist Mainstream geworden. Das heißt, die Linke, indem sie die Political Correctness verteidigt, sich die entsprechenden Floskeln bemüht, jetzt auch den Kotau vor Israel macht, hält sich ja über diese Ideologie dann auch im Mainstream. Sichert sich Koalitionsmöglichkeiten, sichert sich, was das Individuum angeht, Jobs. Also da ist das Denken schon korrumpiert durch die Systemnähe. Auf der anderen Seite muss man sagen, Sie sprechen ja konkret auch von den Grünen. Die Grünen sind die Schlimmsten. Wenn man so erfolgreich ist wie die Grünen, also so systemnah ist, kann man von sich auch behaupten, man kann jetzt über das System bestimmen, weil man das System gut genug kennt. Und damit wird man dann auch in Baden-Württemberg, kommt man da mehrfach an die Macht, also Stuttgart oder überhaupt Ministerpräsident, das läuft doch. Die Grünen sind die größte Gefahr für die Freiheit. Die Grünen sind als Gefahr größer als die NPD. Weil die NPD natürlich eine kleine Partei ist. Die haben ja nur 1%, aber die Grünen haben ja 10%. Und denen geht es ja nur gut, wenn sie den Leuten was verbieten können. Und wenn sie Angriffskriege führen können für Menschenrechte und Bomben für den Frieden und irgendwo gibt es immer noch den Ökostrom durchzusetzen. Also das ist wirklich eine aggressive Kraft geworden, die Freiheitsrechte bedroht und Frieden bedroht. Das werden viele jetzt nicht unterschreiben. Die werden jetzt sagen, da hat er irgendwas genommen, der Herr Elsässer, weil die Grünen ist eine Partei, die kämmlich mit Sonnenblumen, die sind gegen Atomkraft, die sind für die Freiheit, die kämpfen gegen die Großindustrie. Und ja, das ist eine Partei, die für Frieden und Freiheit steht. Ist das jetzt eine Attacke, die Sie ernst meinen? Oder sagen Sie wirklich, dass die Grünen die größte Bedrohung für die Freiheit sind? Größer als die NPD? Die NPD kann man vergessen, weil sie einfach eine winzige Partei ist. Das ist eine lächerliche Partei, da muss man sich gar nicht mit auseinandersetzen. Aber jede Woche findet eine Demonstration gegen diese lächerliche Partei statt. Ich lehne die NPD ab, ich habe nichts mit denen am Hut, ich halte es für ewig gestrige. Aber die aktuelle Gefahr, nicht die ewig gestrige, sondern die aktuelle Gefahr sind die Grünen. Die haben jeden Krieg unterstützt, der seit 1999 geführt worden ist. Und der erste Krieg, der Bundeswehr nach dem Zweiten Weltkrieg gegen Jugoslawien 1999, fand in der rot-grünen Regierung statt. Und Joschka Fischer war der schlimmste Antreiber. Die SPD hat das damals auch unterstützt, Schröder und Scharping. Aber der schlimmste Antreiber, und zwar auch wieder mit antifaschistischen Argumenten, KZs im Kosovo und so weiter und so weiter, Milosevic als Wiedeganger Hitlers. Das kam speziell von Fischer, diese aggressive Rhetorik. Und seither jeden Krieg, egal ob Afghanistan oder in Afrika, die würden auch gegen Syrien als erste losschlagen. Und haben immer die prima Argumente, die die Leute sprachlos machen. Gerade diese Mischung aus aggressivem Vorgehen und dann Verbrämung, Eskamotierung mit moralisch einwandfreien Argumenten. Das macht sie besonders gefährlich. Das heißt, wir bombardieren, um Menschen zu befreien. Absolut, ja. Wo sieht sich denn kompakt? Sieht es sich zwischen Fokus, Spiegel, Junge Freiheit, Junge Welt, ein bisschen Titanic? Oder wo sieht sich kompakt? Wen will das ansprechen? Auf jeden Fall wollen wir aus den ideologischen Schubladen raus. Also viele Leute fragen mich, ich lese ja Magazin gern, aber wo stehen sie eigentlich? Diese Frage gefällt mir immer am besten. Weil das ist genau der Effekt, den wir erreichen wollen. Den Leuten gefällt es, aber sie können es politisch nicht zuordnen. Und darauf lege ich Wert, dass man die Ideologie weglässt und dass man die Probleme kleinteilig für sich genommen und aus dem heutigen heraus beurteilt. Aber Herr Elsässer, wenn man heute ein Nachrichtenmagazin, das ist ein Nachrichtenmagazin, wenn man heute ein Nachrichtenmagazin auf den Markt bringt und das lässt sich nicht zuordnen, dann ist es in jedem Fall rechts. Also damit liegt man auf der richtigen Seite. Das ist der erste Reflex. Dieser Reflex muss natürlich durchbrochen werden, den wollen wir durchbrechen und ich glaube, wir haben es auch geschafft. Weil wir zielen natürlich gegen die Political Correctness, gegen diese ganzen Sprachregelungen. Man darf Israel nicht kritisieren, man darf die Einwanderungspolitik nicht kritisieren, man muss Deutschland hassen. Dagegen wenden wir uns und das macht es natürlich deutlich, wo wir stehen, aber wir stehen ja nicht rechts. Was sich daran zeigt, dass im Unterschied jetzt zur Zeitung wieder jungen Freiheit oder zuerst, die ja auch gegen die Political Correctness sind, wir sehr viele linke Leser haben und sehr viele muslimische Leser. Also sehr viele Türken und Araber lesen gerne kompakt, weil wir gerade was die internationalen Fragen angeht, ganz klar sagen, gegen den Krieg der USA, gegen die Kriege Israels. Also wir scheuen uns da nicht, klare Positionen zu beziehen, wo alle anderen, mittlerweile auch große Teile der Linken, mittlerweile auch große Teile der Rechten, die ja zum Zionismus übergelaufen sind, schweigen. Und das gefällt Leuten unterschiedlichster Richtung. Das gefällt aber auch Holger Apfel von der NPD, der applaudiert ihn auch. Mit dem Mann habe ich nichts am Hut. Ich kann mir vorstellen, dass der von Startseite vorgeschickt wurde, um mit seinem Applaus unser Projekt, mich als Person kaputt zu machen. Ich habe mit der NPD nichts am Hut, wenn die NPD sagt, draußen regnet es, kann ich nicht sagen, es scheint die Sonne, wenn tatsächlich die Tropfen runterkommen. Also ähnlich wie Schröder, wenn man das Richtige sagt, ist man nicht sicher vor falschem Beifall. Absolut. Lassen Sie uns auf das aktuelle Cover kommen, das finde ich relativ gelungen, ich habe gelacht. Ja, da sieht man ja Merkel und Steinbrück in einer Person. Kommen wir gleich mal auf Herrn Steinbrück. Herr Steinbrück hat ja gerade seine Konten offengelegt, seine Einnahmen, Teile seiner Einnahmen. Ich glaube nur seine Reden, was er mit Büchern verdient, hat er nicht. 15.000 Euro bekommt er pro Honorar. Ich finde das absolut in Ordnung, wenn man vor Top-Bankern spricht. Das sind wirklich Peanuts für Top-Banker. Die Frage, die sich natürlich jetzt mir stellt ist, wie will dieser Mann wirklich die Märkte regulieren oder ist er jemand, der von den Bankern praktisch in die Politik wieder zurückgeschickt wurde nach dem Motto, der sorgt wenigstens dafür, dass es noch erträglich wird. Was glauben Sie, warum ist er auf dem Cover? Er ist auf dem Cover, weil er der Kandidat der Bilderberger ist. Bilderberger ist die wichtigste Gruppe der globalen Finanzaristokratie. Ein kleiner Kreis der Politiker castet, die an die Spitze der jeweiligen Länder kommen sollen. Sie sagen casten, die treffen sich nur und reden miteinander. Ja, aber es ist eben sehr oft vorgekommen, etwa bei Frau Merkel 2005, die war bei den Bilderbergern, dann wurde sie Kanzlerin. Oder 1982, Otto Graf Lambsdorff, damals Wirtschaftsminister unter Helmut Schmidt, war bei den Bilderbergern. Danach hat er die Seite gewechselt, die Koalition aufgekündigt und so wurde Kohl Kanzler. Also so gibt es sehr viele Koinzidenzen. Es gibt auch viele, die nicht bei den Bilderbergern waren und trotzdem Kanzler geworden sind. Ja, das mag es geben, aber ich warne von einer globalen Verschwörungshysterie. Natürlich können die auch nicht alles machen. Natürlich sind die sich vielleicht auch manchmal uneins, aber die Rockefeller sind dabei, Kissinger ist dabei, die Tagen hinter verschlossenen Türen, niemand darf berichten, was dort diskutiert wird. Das ist anders als in Davos, anders als bei der G8. Also da sind schon, das große Geld kommt da zusammen. Da war Steinbrück 2011, da war Trittin, sein möglicher Vizekanzler, 2012. Und es ist ja nicht so, dass in der SPD Steinbrück beliebt gewesen wäre. Wie der mit den Leuten, mit den eigenen Genossen umgesprungen ist, hat er sich ja unbeliebt gemacht. Trotzdem wurde er immer stärker und ist jetzt gekürt worden. Weil Sie von der SPD sprechen. Ich würde Steinbrück gar nicht mehr unbedingt mit der SPD zusammenbringen. Ich denke da gar nicht automatisch mehr an SPD. Wenn jemand solche Honorare kassiert, wie gesagt, wenn er vor Bankern spricht, 15.000 Euro bekommt, habe ich da gar kein Problem mit. Das ist in der Preisklasse noch günstig wahrscheinlich. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ob jemand, der eben 1,5 oder 1,2 Millionen an Gagen bekommt, ob der überhaupt noch verstehen kann, was Sozialdemokratie für den klassischen Arbeiter oder für den klassischen Kleinangestellten überhaupt bedeutet. Der verliert doch die Relation. Der ist da weit weg davon. Also der gehört selber zu dieser Aristokratie, zu diesem Establishment, die nicht wissen, was der gemeine Mann aushalten muss. Und er war ja zum Beispiel, als es um Hartz IV ging, damals war er ja schon Finanzminister, da hat er ja härter argumentiert als Schröder. Der wollte Hartz IV härter durchsetzen. Der hat öffentlich gesagt, Leute, ihr müsst auf Urlaubsreisen verzichten, um für eure private Altersvorsorge was übrig zu haben. So weit wollte Schröder nicht gehen. Also ein knallharter Typ. Allerdings muss man auch sagen, er will auch die Reichensteuer einführen. Wobei er unter Reiche versteht, er und die SPD-nahen Thinktanks, Zwangsabgabe, Zwangsbesteuerung für Einkommen ab 250.000 Euro. Und das ist man ja heute im Westen, wenn man ein Eigenheim hat, 52.000 Euro hat man schnell vermögen. Also diese Leute sollen dann auch zur Kasse gebeten werden. Das heißt, er wird es von den Armen nehmen, er wird es vom Mittelstand nehmen. Er wird es nicht von den Superreichen nehmen. Die Reichen sind sowieso auf den Kaiman-Inseln. Von denen wird er es gar nicht kriegen. Also er wird beide schröpfen und es wird gar nicht dem deutschen Staat zugutekommen, sondern wird in die Euro-Rettung abfließen. Weil er bei der Euro-Rettung, sogenannte Euro-Rettung, muss man sagen, bei der sogenannten Euro-Rettung ist er ja rabiater als Merkel und Schäuble. Weil er will ja Euro-Bonds, er will Schuldenvergemeinschaftung. Er will ja wirklich dann das Geld, was er den Bürgern, den Armen, wie den Reichen abnimmt, den Mittelstand vor allem, das will er verfeuern in dieses Fass ohne Boden namens Euro-Rettungsschirme und so weiter. Wird denn der Mann, der hier Coverboy ist, also Stein, Merkel oder wie Sie ihn nennen wollen, wird er denn Kanzler? Schafft er es? Im Augenblick hat Engin die Nase vorn. Er hat eine Chance, wenn es stärkere Erschütterungen gibt in der ganzen Finanzwelt, also wenn nochmal richtig die Krise einbricht. MAN, Lastwagenhersteller, Lkw-Hersteller, hat ja jetzt schon Nullarbeit verkündet. Das heißt, da ist der Hammer gefallen. Die Leute gehen nicht mehr ins Werk, die sitzen daheim, kriegen trotzdem den Lohn. So hat es 2008 auch angefangen, weil der Lkw-Bau spürt als erstes, wenn die Krise auf die Industrie überschlägt, weil dann werden keine Lkw mehr geordert, das nächste ist der Maschinenbau und so pflanzt sich das fort. Diese gefährliche Entwicklung wurde 2008, 2009 durch die Abwrackprämie gebremst von der Merkel-Regierung. Aber dieses Geld, was damals den Totalabsturz der Wirtschaft verhindert hat, fließt ja jetzt Richtung Euro. Also Sie würden sagen, der Steinbrück ist quasi der Mittromne in Deutschland. Wenn jetzt ein Sturm kommt, dann hat er die Chance, das für sich auszunutzen. Genau, und er wird dann als großer Macho und großer Macher überall fluchend und breitbeinig und so weiter die kleine Mutti Merkel in den Hintergrund drängen. Glauben Sie, dass Steinbrück nur ausgeliehen sein wird, so wie Fischer und Schröder, dass die quasi schon mit dem Wechsel in die Industrie liebäugeln? Bei Fischer wissen wir es, der arbeitet für Gazprom unter anderem. Für Schröder. Schröder, ja. Ich verwechsel das auch immer schon. Also Schröder wissen wir es, der arbeitet für Gazprom. Fischer arbeitet auch für die Namuko-Pipeline. Ich weiß nicht, was daraus eigentlich geworden ist. Aber auch für RWE, für BMW, für viele von mit W. Für die Atomindustrie im Grunde, ja. Ja, das wundert mich ein bisschen, dass das bei den Grünen auch, ich habe da jemanden auch angesprochen, hat man sich weggedreht. Aber glauben Sie, dass er eben kurz einen Abstecher macht? Weil er kennt sich aus, muss man sagen, als Finanzminister. Und dass er dann aus der Politik wieder zurückgeht in die Politik? In die Industrie? Ja, ich meine, die haben alle, die spielen alle an zwei Tischen. Die haben alle eine Reserveoption, ja. Also, die fallen alle weich. Was kostet Kompakt am Kiosk und verkaufen Sie genug, um davon leben zu können? Die Entwicklung ist sehr gut von Kompakt. Wir verkaufen das Heft für 4 Euro am Anfang, haben den Preis dieses Jahr 2012 zum 1. Januar auf 4,80 erhöht, also moderat. Was die Leser uns nicht übel genommen haben, weil sie merken, da steckt so viel Qualität und Arbeit dahinter, dass das dem Absatz nicht geschadet hat. Also, wir haben eine gute Aufwärtsentwicklung, wir kommen jeden Monat raus. Und ich glaube, wir sind bundesweit nicht an allen Kiosken, aber an vielen Kiosken, in allen Städten, an den Bahnhöfen, mit einer Einwohnerzahl von über 100.000 Einwohnern. Gibt es Stammautoren? Wir haben eine ganze Reihe von Stammautoren, wir haben dann wechselhafte Autoren, wir haben im Grunde praktisch eine kleine ständige Mannschaft, sparen dadurch Kosten, zahlen uns natürlich auch erbärmlich wenig aus, weil wir das, was wir sozusagen umsetzen, dann gleich wieder investieren in die Werbung und so weiter vor allem. Und mein Hauptansatz als Chefredakteur ist, neben dem, was ich vorhin gesagt habe, also das Heft soll nicht ideologisch daherkommen, weder links noch rechts, weil die Leute heute sehen sich nicht als links oder rechts, die Leute sehen sich als Mitte, die verraten wurde von der Politik. So ist der politische Zuschnitt. Aber darüber hinaus, der journalistische Zuschnitt soll leicht sein. Die Artikel sollen Spaß machen beim Lesen. Wir machen keine langen Artikel, wir machen höchstens drei Seiten, wir haben eine große Aufmachung, wir machen keine Fußnoten. Ich sage immer, wir sind jetzt im Lesezirkel, das heißt, wir haben etliche tausend Exemplare, ich glaube, sechseinhalbtausend Exemplare haben wir im Lesezirkel, das heißt, die Zeitung landet beim Friseur, beim Zahnarzt und so weiter. Dort kommt die Hausfrau hin, dort kommt der Handwerker hin und so weiter. Die sollen das verstehen können. So ist die Zeitung geschrieben. Und jeder Autor, der ein Fremdwort verwenden will, muss vorher bei mir um Genehmigungen fragen. Herr Elsässer, lassen Sie uns über die aktuelle Kompaktkonferenz reden. Das ist die dritte Konferenz, die Sie machen, aber der Titel ist schon reißerisch, kann man sagen, nämlich, wie souverän ist Deutschland, also das überhaupt in Frage zu stellen, dass Deutschland souverän ist oder ist es das nicht? Also das ist, und dann als zweite Unterzeile, welche Bündnisse braucht Deutschland? Wer ist auf die Idee gekommen, das so zu machen? Wo findet die Konferenz statt und wer ist eingeladen? Also sehr wichtig ist, dass wir die Konferenz nicht alleine machen, sondern wir haben einen Partner aus Frankreich, das Institut de la Démocratie et de la Cooperation in Paris, ein russisches Kulturinstitut mit Think Tank-Anteil. Und der ganze Zuschnitt ist international, das heißt, wir wollen auf jeden Fall vermeiden, dass wir eine deutsche Suppe kochen, sondern sagen, die deutsche Souveränität, die Frage der deutschen Souveränität muss gemeinsam mit den Nachbarn gelöst werden, vor allem mit den Franzosen und den Russen, also den alten Erbfeinden, damit kein falscher Zungenschlag entsteht und die Souveränität der Staaten ist wichtig für alle in Europa, nicht nur für die Deutschen. Es soll nicht eine spezifisch deutsche Lösung gesucht werden, sondern das, was wir für das eigene Land diskutieren, muss auch für andere Länder gangbar und akzeptabel und wünschenswert sein. Wie kam die Idee im Ausland an, als Sie angefragt haben, ob Sie nicht Lust hätten mitzumachen? Es gibt in ganz Europa die Diktatur der Eurokraten, der eurokratischen Parteien, wo die Bevölkerung in fast allen Ländern völlig anderer Meinung ist, also den Euro kritisch sieht bis ablehnt, die Euro-Rettungsmaßnahmen mit Recht für undemokratisch und diktatorisch hält und endlich direkte Demokratie in ihren jeweiligen Ländern praktizieren will, nicht nur was die Euro-Frage angeht. Und deswegen haben wir es nicht so schwer gehabt, in Frankreich Partner zu finden oder in Russland Partner zu finden, weil da, was jetzt Russland angeht, sieht man natürlich auch die Gefahr, dass über die Entdemokratisierung und die Zerstörung der Nationalstaaten die Errichtung einer Brüsseler Autokratie eigentlich der amerikanische Einfluss auf unserem Kontinent gestärkt wird und die europäischen Länder, die nach 1945 auch im Kalten Krieg den Frieden bewahren konnten, in eine Frontstellung gedrängt werden und in Kriege mit reingerissen werden, die gar nicht im europäischen Interesse sind, sondern nur im amerikanischen. Wie muss man sich den Ablauf der Konferenz vorstellen? Auf der Einladungskarte steht ja von 9 bis 18 Uhr, da gibt es verschiedene Vorträge, wahrscheinlich Einzelpersonen sprechen zu einem Fachthema. Schollertur haben Sie auch bekommen. Nicht so einfach, der Mann pendelt ja viel zwischen Paris und Berlin, aber leidet nicht unter Arbeitslosigkeit. Können Sie mir sagen, zu was er sprechen wird? Peter Schollertur ist natürlich einer der Hauptredner auf der Konferenz. Er soll die Konferenz mit seinem Beitrag eröffnen und er soll erstmal einen Gesamtdurchlauf machen. Die heutige Weltsituation, die amerikanische Dominanz und die deutsche Rolle. Das wird er sicherlich durchdeklinieren, durch die verschiedenen Kriegsschauplätze, Afghanistan, Irak, Libyen, die deutsche Enthaltung, jetzt neue Kriegsgefahr gegen Syrien und Iran. Peter Schollertur war überall. Er kennt die amerikanische Politik aus dem FF, er kennt ihre Auswirkungen vor Ort. Er ist vernetzt in der deutschen Politik. Also er soll das Thema eröffnen. Und dann gehen wir durch die Bereiche durch. Wir haben ja auch zwei ehemalige Staatssekretäre. Einer war schon bei Ihnen hier im Gespräch. Herr Schäfer. Helmut Schäfer aus dem Ausbettigen Amt. Wir haben Willi Wimmer, der früher im Verteidigungsministerium war, ein CDU-Mann. Das heißt, wir haben es geschafft, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, aus der politischen Klasse in Deutschland Fachleute, Kapazitäten für unsere Konferenz zu gewinnen, die von dem jetzigen politischen Kurs, vor allem unter Merkel, obwohl der eine noch in der CDU ist und der andere noch in der FDP ist, vollkommen enttäuscht sind und mit uns zusammen und natürlich mit den ausländischen Fachleuten nach neuen Wegen suchen. Welche Bündnisse braucht Deutschland? Warum sind wir eigentlich so festgelegt auf die NATO? Warum lassen wir uns von der USA in immer neue Kriege schleifen, die gar nicht im deutschen Interesse sind, egal wie man es definieren will? Gibt es eine andere Möglichkeit? Können wir nicht eine Brücke sein zwischen Ost und West, eine Brücke zwischen Abendland und Morgenland? Können wir uns nicht beschränken auf das, was wir können, nämlich gute Maschinen, gute Autos zu produzieren und die friedlich in alle Welt zu exportieren? Auf der anderen Seite, ich glaube, dass es eben nicht reicht, nur noch Produkte herzustellen, die gut funktionieren, Made in Germany, die zu verkaufen. Wenn man ein G8-Staat ist, wenn man so mächtig finanziell geworden ist, dann muss man auch politisch eine größere Rolle übernehmen. Also das werden Sie nicht leugnen. Das ist schon richtig, natürlich müssen wir die übernehmen, aber wir sollten sie in Richtung auf eine multipolare Welt übernehmen. Das heißt nicht, einen exklusiven Block mit den Amerikanern und Briten und Israelis bilden, sondern auch schauen, was haben wir eigentlich für neue Mächte, die aufsteigen und die für uns wirtschaftlich und für die Welt politisch mittlerweile fast genauso wichtig sind. Ich rede von den BRICS-Staaten. Also die Abkürzung heißt ja Brasilien, Russland, Indien, China. Mittlerweile wird noch ein weiterer Staat dazugenommen, nämlich Südafrika, also BRICS in der Mehrzahl. In die Richtung müssen wir auch schauen. Und wir dürfen uns wirtschaftlich gesehen, exportieren wir nach China natürlich nicht so viel wie in die USA, aber die Exportsteigerungsrate ist zweistellig. Und die Chinesen zahlen sozusagen mit echtem Geld, während wir den Amerikanern vorher ihre Staatsanleihen, also ihre Schulpapiere abkaufen müssen, damit die überhaupt zahlungsfähig sind. Wenn Sie aus der NATO raus wollen, wo wollen Sie dann rein? Also was soll das sein? Sie haben ja da einen Begriff gewählt, NATOs, eine russische Kombination kriegt es gar nicht zusammen, aber Sie sehen die Franzosen, die Russen und die Deutschen da mit drin. Ich würde es nochmal erweitern. Im Moment sieht man ja, ich weiß gar nicht, ob ich es positiv finden soll, aber wie Erdogan, die Türkei, versucht gerade ein Bindeglied sein zwischen Orient und Oksident und da ganz stark auch sehr aggressiv in den Raum reindrängt. Man sieht, was im syrischen Raum passiert, auch wenn das in unseren Nachrichten nicht so verkauft wird. Aber glauben Sie, dass das eine Alternative ist zur NATO? Weil die NATO, eins muss man ja lassen, sie ist stabil. Ja, sie ist stabil und sie ist kriegerisch. Die Neue könnte instabil sein, aber auch kriegerisch. Es geht ja nicht um schnelle Brüche. Schnelle Brüche bringen immer Probleme mit sich und Reibungen. Und vielleicht Krisen. Sondern es geht ja um einen, ich hätte fast gesagt, organischen Prozess. Etwa, ich sage nochmal den Rückgriff auf Charles de Gaulle als Präsident Frankreichs, hat er ja Frankreich aus der militärischen Integration der NATO herausgeführt. Er blieb Mitglied, politisches Mitglied im Bündnis, um auch deutlich zu machen, unsere Werte sind die Werte anderer westlicher Länder auch. Aber er zog sich aus den militärischen Strukturen, dem militärischen Oberkommando zurück. Das wäre natürlich für Deutschland der erste Schritt. Er ist noch weitergegangen, hat ja die NATO aus Paris verjagt, hat sie rausgeschmissen und dann ist sie nach Brüssel gegangen. Entscheidend war aber ja trotzdem, dass die NATO, wenn man sich mit der NATO-Geschichte beschäftigt, spätestens seit Ganser ist es bekannt, NATO-Geheimarmeen ja 40 Jahre in Europa geschaltet und gewaltet hat, auch durch Staatsterrorismus. Es ist doch absurd zu glauben, dass die NATO unter amerikanischer Führung, das ist sie ja, sich das gefallen lassen würde, wenn Deutschland da aussteigen wollte. Naja, das gibt schon, das wird dann erheblichen Gegenwind geben. Das meine ich. Das ist schon richtig. Den muss die Politik, den müssen verantwortliche politische Führer in Deutschland aushalten. Wer soll das sein? Die jetzige politische Klasse ist für so einen Kurs natürlich überhaupt nicht zu gebrauchen, weil die sind sozusagen von den Amerikanern eingekauft. Embedded. Embedded, die wurden dort ausgebildet. Und da müsste natürlich ein Führungswechsel erfolgen. Aber wir haben ja schon gesehen, als Schröder das gemacht hat beim Irakkrieg. Also der erste Schritt wäre nicht rauszugehen aus der, so wie die Goal, aus der Militärstruktur der NATO, sondern der erste Schritt wäre das zu machen, was Schröder 2003 gemacht hat, beim nächsten Krieg, sich rauszuhalten. Und sich mit anderen, die sich raushalten, damals war es ja Chirac in Frankreich und Putin in Russland, zu treffen. In Berlin in der Gastwirtschaft zur letzten Instanz haben die sich ja getroffen. Tolle Arbeit dazu. Das wäre sozusagen... Gegenüber vom Gericht, wenn die das... Genau. Und das wäre natürlich anstrebenswert, dass man jetzt... Man redet über Interventionen in Syrien, man redet über Angriffe auf den Iran, dass sich jetzt die Kräfte innerhalb Europas, die das nicht wollen, koordinieren, um den Amerikanern zu zeigen, wenn ihr es machen wollt, also ohne uns. Und Gespräche vielleicht direkt aufzunehmen mit dem Iran? Absolut. Natürlich. Wir waren ja schon als kleiner Vorposten bei Ahmadinejad im April 2012, aber das wäre sehr wichtig. Also unsere Konferenz soll praktisch diesen Diskussionsprozess, den es ja so noch nicht gibt offiziell. Also es gibt ihn natürlich im Internet oder sonst wo, aber es gab noch nie eine Konferenz, wo Deutsche, Russen und Franzosen dieses Thema offensiv diskutiert haben. Und wir haben ja im Grunde eine Weltpremiere, wir haben Peter Scholler-Tour auf dem Podium, wir haben Schachtschneider auf dem Podium, das gab es noch nie, und den früheren Sowjetbotschafter Fahlin. Dass man die drei zusammenbekommen hat, ist ja schon überhaupt ein Event. Und wir wollen damit Mut schaffen... Eigene Wege zu gehen. Eigene Wege zu gehen und auch Politiker zu ermutigen. Es können nicht alle blöd sein, es sind bestimmt nicht alle blöd in allen Parteien. Ich möchte noch mal bei Schachtschneider bleiben. Staatsrechtler, eine Legende kann man eigentlich schon sagen. Der Mann ist, ja, da geht ein Raunen durch den Saal, wenn er den betritt, der kennt sich ja wirklich gut aus. Der betrachtet Souveränität, weil es geht ja auch um Souveränität, es geht nicht nur um die Bündnisse übergeordnet, der betrachtet Souveränität ja eben auch philosophisch. Sie haben ein längeres Interview mit ihm geführt, sehr komplex. Können Sie mal seinen Standpunkt zusammenfassen? Was ist für ihn denn Souveränität? Kann man die überhaupt veräußern? Man muss zusammendenken, äußere Souveränität, das heißt Staatssouveränität, und innere Souveränität, das heißt Volkssouveränität. Das eine ist ohne das andere gar nicht vorstellbar. Man kann von souveräner Politik erst dann sprechen, wenn der Bürger selber die Freiheit hat und die Kompetenz hat, die Politik vollständig mitzubestimmen. Also nach dieser Definition kann ein Zwangsstaat, eine Diktatur, sich vielleicht außenpolitisch mit Ellenbogen Bewegungsspielraum verschaffen, aber das ist nicht Souveränität, weil das Volk als der Träger der Souveränität, der politische Souverän, der Bürger, dabei ausgeschaltet ist. Wie souverän ist Deutschland? Also sind wir überhaupt souverän? Weil im Grunde genommen, ich definiere es immer so, sind wir doch ein amerikanischer Außenposten. Wenn wir irgendetwas vorhaben, wir müssen das ja immer in Abstimmung mit den Amerikanern tun. Wenn wir das mal nicht tun sollten, gibt es sofort Ärger, dann rappelt es. Oder anders, wenn zum Beispiel sich jetzt drei Abgeordnete, ich glaube CDU, SPD und die Linken zum Beispiel, haben ja auch eine Teheran-Reise unternommen, das gab ja sofort Verstimmungen über Israel, direkt nach Amerika und dann zurück nach Deutschland. Also sind wir souverän oder sind wir in Außenposten? Wolfgang Schäuble hat ja gesagt, im letzten November auf einer Bankentagung, die Bundesrepublik Deutschland war noch nie seit dem 8. Mai 1945 ein souveräner Staat. Das war kein offizieller Auftritt, da hat eine Kamera zufällig mitgefilmt. Nee, nee, das war offiziell. Es gab nochmal ein anderes Zitat, wo er off the record gemacht hat, aber das war ein offizielles Zitat. Er wollte damit sagen, deswegen kommt es auch gar nicht drauf, an, dass wir jetzt noch ein ESM haben, weil wir waren schon vorher nicht souverän. Deswegen ist es ein sehr schlitzohriges Zitat von ihm gewesen. Und es ist auch nicht ganz richtig, natürlich stehen wir unter amerikanischem Druck, aber, und auch darauf liegt Schachtschneider wert, seit der Wiedervereinigung, das heißt seit den 2 plus 4 Verträgen, sind die juristischen, die völkerrechtlichen Hemmnisse für die deutsche Souveränität entfallen. Was jetzt noch übrig ist, ist die politische Devotheid, vor allem unserer Parteien und Politiker. Wenn Sie von Hemmnissen sprechen, waren das Hemmnisse, die bis dahin noch resultiert haben, aus Verträgen aus dem Zweiten Weltkrieg? Nun ganz genau, diese Nachkriegsverträge, alliierten Besatzungsvorrechte und so weiter. Ich habe ihn auch gefragt, weil wir haben ja die Diskussion um die sogenannte Kanzlerakte, die ja auch durchs Internet geistert. Da gibt es eine Fälschung natürlich. Da gibt es eine Fälschung, wir haben da in der neuen Ausgabe auch ein Dossier drüber drin, was ist eigentlich dran an der Kanzlerakte. Also was man im Internet sieht, ist eine Fälschung, das weisen wir in der Ausgabe November 2012 nach, aber es gibt natürlich, Egon Bahr als Staatssekretär berichtet darüber, während der Brandzeit musste Brand bestimmte Dokumente der Alliierten unterschreiben, die offensichtlich ihn gebunden haben an irgendwas. Er war dazu empört? Er war empört, hat es aber trotzdem gemacht und Egon Bahr berichtet, das haben vorher auch schon Kiesinger und, 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 Adenauer und andere gemacht. Deswegen kann es sein, dass trotz 2 plus 4 Verträgen und vollständiger Entlassung des wiedervereinigten Deutschlands aus der Alliierten Obhut... Das ist immer noch eine Art... Dass es immer noch Geheimverträge gibt. Nur, Schachsneider sagt, Geheimverträge haben völkerrechtlich keine Bedeutung. Völkerrechtlich hat nur Bedeutung, was auf dem verfassungsgemäßen Weg, also im Bundestag, beschlossen wurde und was bei der UNO als Dokument hinterlegt ist. Das heißt, falls es solche Geheimverträge noch geben sollte, die dann im Panzerschrank von Angela Merkel, sind, haben die völkerrechtlich keine Bedeutung. Das heißt, auch wir als politischer Souverän oder der Bundestag als unser Vertretungsorgan müssen sich daran nicht halten. Und selbst in Zeiten, als wir noch die Alliierten Vorbehaltsrechte hatten, hat politischer Mut erreichen können, dass wir Politik gemacht haben, die den Amerikanern nicht gepasst hat. Ich erinnere an Willy Brandt. Wir hatten den Jom-Kippur-Krieg zwischen den arabischen Staaten und Israel 1973. Wir hatten die amerikanischen Nachschublieferungen für die israelische Armee über den Hafen, über Bremer Hafen. Und Willy Brandt hat einen Brief geschrieben an Nixon und hat gesagt, ihr dürft diesen Hafen nicht benutzen für eure amerikanischen Nachschube an Israel. Wir sind zwar NATO-Mitglied, aber das ist keine NATO-Angelegenheit, sondern rein amerikanische. Und deswegen sperren wir euch den Hafen. Das heißt, schon damals konnte man das machen. Warum kann man es heute nicht machen? Es fehlt nur der politische Wille. Es ist keine juristische Frage. Und ich warne davor, und das ist auch der Ansatz der Souveränitätskonferenz, ich warne davor, alles juristisch zu diskutieren und das kritische Potenzial in unserer Bevölkerung in juristische Fachdiskussionen oder völkerrechtliche Fachsimpeleien zu schicken und damit zu beschäftigen. Wir brauchen politische Power, nicht die Juristerei. Vielen Dank, Jürgen Elsässer, für dieses interessante Gespräch. Herr Elsässer ist der Chefredakteur von Kompakt, das Magazin, was Sie am Kiosk bekommt. Die Kompaktkonferenz findet am 24.11. statt, unten eingeblendet, wo man die Karten bekommt, ranhalten, denn die Karten sind nicht unendlich da. Mein Name ist Kett Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.